Ist es derzeit schon ein Stammkopf? Hat er die schon mal abgegeben? Ein Samsung Galaxy S5? Kann man sich denn vorgestellt? Ja, für das S5 vielleicht 130, 140, für das S4, 76 vielleicht noch. Weihnachtsgeschenke für mehr als 200 Euro pro Kind. Die sind auch bei Menschen mit niedrigen Gehältern keine Seltenheit. Weil Anleihe 3.000. Die Leute, die Kinder auf der Kasse sind, übernehmen sie schnell. Geben auch viel Geld aus, auch für Weihnachten. Ich will ja hin. Und ja, finanzielle geben wir zwischen uns. Oder bringt auch nach Weihnachten Geschenke, auch sehr häufig, weil sie sich tatsächlich übernommen haben. Ja, aushalten kann nicht jeder so gut. Gut für uns. Och, wie soll man das? So wie Marion Vogel. Für die Hauptvier-Empfängerin ist heute schon Bescherung. Sie holt sich ihr Weihnachtsgeschenk aus dem Pfandhaus wieder ab. Weil das Geld oft nicht bis zum Ende des Monats reicht, helfen ihr auch kleine Beträge wie die 30 Euro, die ihr Handy hier abgegeben hatte. Ach doch, das hilft schon. Man kann Brot kaufen und Getränke und Wurzeln essen. Und das reicht dann schon. Und ein paar Tage ist das okay. Wollen wir jetzt doch Geld her, das hätte ich da auszulösen. Das war dann vier Monate. Von meiner Mutter. Ich kriege leider keinen Bissbruch. Das ist das Problem. Deswegen ist das hier eine ganz gute Möglichkeit. Ich meine, so sind die Sachen dann halt nicht weg. Man kann sie wieder aufholen. Und man hat halt kurzfristig ein bisschen Geld zur Verfügung, sodass man auch gut einkaufen gehen kann. Vor dem Pfandhaus warte ich schon bei den Frau Jennifer, die will wissen, was das fast neue iPhone 6s gebracht hat. 310. Ja. Reicht's, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr zufrieden und jetzt wollen wir erstmal ankaufen. Und für das Rest können wir noch Weihnachtsgeschenke. Ich dachte, wir hätten alles. Ja, ein bisschen. Die Kinder können uns deswegen gebrauchen. Ja, die Kleine möchten wir gerne noch in uns daheimkuchen. Boah, das kostet es nur jetzt. Das ist alle eine Frille in der Familie. Manches Weihnachtsgeschenke landet sogar schon vor der Bescherung im Pfandhaus. Nee, krass. Das ist ein Unruf für der Pfandhaus, du bist nicht. Sonst hat er nichts unter Weihnachtsbaum. 200 Euro will Weihnachten seine Händen haben, um Weihnachtenwünsche zu erfüllen. Doch im Pfandhaus wird auch in dieser Zeit hart verhandelt. Weiß auch mal nicht, wie schlimm ist. Was soll er machen? Es kommt, dass ich 20. Okay. Und das, ja, weil Weihnachten ist 60. Okay, in diesem Fall. Auch wenn es finanziell geht. Mike Olszewski freut sich, denn bei ihm geht die Liebe zu den Kindern und den Gabenlisch. Ich glaube, der genau hingehört. Die Liebe zu den Kindern und den Gabenlisch. Ich hätte auch verfrüßt. Die Kinder waren auch nicht. Kinder waren auch nicht. Ja, ich war nicht all chúng. Die Kinder, die Martinien, die Kinder und die Matten. Ich muss gleich mitmachen, das will die Opa machen. Die Chester, es gibt Regeln und Strecken. Cool, das is the very next day und wenn nicht, will ich es tun? Was ist der König? Die Portenfuck ist ja die Nila, die Pseudonila. Mein Kaffee ist jetzt Produkt des Jahres. Seht dich gehört, mein Kaffee von Lilitha in Milch, Medium oder Dark Road. Gut Oma, dann gehen wir erstmal los aus. So, jetzt kannst du für Mama noch ein Foto laden. Das geht Oma, ein Netz geht ein hier. Da geht das. Das ist ein Jahreslos. Deine Uni ist okay. Und so ist die Hälfte unterwegs im iPad. Ja, im Netz geht einiges. Jetzt natürlich gestalten. Das Jahreslos der Aktion Mensch. Bis zu einer Million Gesinnung und dabei soziale Projekte zu erlangen. Jetzt auf weihnachten.de. So, zwei Kilo vom Schlied bitte. Gerne. Oh, ich will es schaue mal nicht. Ich will ihm doch immer noch helfen. Wir lieben Lebensmittel. Deshalb bekommen Sie bei uns alles was die schönste Zeit des Jahres. Alkohol, rotes Fleisch und was haben wir gemacht? Was brauchst du mir? Wenn wir ihn oder fünf andere Bärenmarke-Produkte für eine Umwandlung schnell trainieren. Nichts geht über Bärenmarke. Geil! Was heißt Charge? Scheibe! Hä? Jetzt komm mal auf! Spinschmerz! John auch? Das ist aber ungesund, meinst du? Benni, wenn du die Band auflöst, ja? Kannst du das noch aussehen? Oh, und wann? Wenn du dich noch nicht live sehen, dann bist du die immer live. Wenn ich höchst, dass ich kenn mich. Ja, ich hab ja mal die ewigste geile C-Posé von die Band gehabt, oder? Ach, wie war es da schon? Geil, auch kostet die Kümmer. Oh, Mann! Oh, das ist schön! Oh, was passiert? Ja, geil! Oh, ja, gut! Ich hab ja schon mal den ersten Punkt in die G-Cat. Ich hab ja schon mal den ersten Punkt in die G-Cat und so was wollte. Ich kann überhaupt keine Redung machen. Ich bin eine Technik-Feeder. Eine Technik-Feeder-Schell. Und ich weiß nicht, dass die Technik um mich, nicht ununterreden ist, und alles, nur die sich wieder nicht auskommt. Das ist der Winn für den Umgang und Liebe. Ja, Technik für Technik kommt. Technik, dass du unsere Freunde sind. Das ist der Technik-Feeder-Schell. Ich hab ja schon mal den ersten Punkt in die G-Cat. Das ist der Technik-Feeder-Schell. Lernenschein in der Art und die die bei der der erheblichen Städte die sind denn die Vorhinein das Spiel Oh, just in people, just in steel. Kein Schnee, wieso auch kein Schnee? Oh, my God. Oh, my God. Wenn bei einer Früchte jetzt noch unterspringt. Juhu, schmutzig, weil ich nie will. Dein Name ist vollkommen, ne? Die Werbung ist total einfach aus. Die sagt, das geht. Frisch geht's. Ah ja, bis nicht, bis wenn, ne? Und Netflix. Ich muss mir ganz viel Werbung interessieren. Liebe Werbung, ne? Starb und Liebe. Oh, ne, ne? Ich mag meine Laktosefreiheit auch. An die Freiheit als Leben zu leben. An die Freiheit als Leben zu leben. Meine Laktosefreiheit. Liebe Laktosefreiheit. Ich mag meine Laktosefreiheit auch. Wenn ihr weißt, wie die ganz leicht Laktosefreiheit heißt. Hm. Er weiß es auch. Ich sag doch was für alle. Laktosefreiheit. Gibt am leichtesten, wenn du gar keine Milchbruch. Ob du mehr zu tun hast. Ich werde nicht erst noch was dringend sehen. Ich mache es falsch. Er hat Wackelkontakt. Naja, richtig Wackelkontakt. Noch ein Vorschlag, weil ich mal beim Magenöl noch jetzt hab. Und er ist doch wieder knapp. Und er ist doch wieder knapp. So, weil er es doch bei Magenöln ist. Ein bisschen kaputtiert, weil er es war. Bei Hans sagt. Ich erinnere mich. Jena, also jetzt merke ich ja auch noch. Ich bin jünger als du. Ich habe mehr Ahnung. Ich muss sich jetzt den Namen rechnen, dass du die Papieren lassen hast. Das ist auf jeden Fall existenziell. Es ist ein sehr guter Ah, richtig Marc ist unten schon, wir haben ja voll noch mal eine Zeit Jetzt geht's entspannt weiter Hier ist ein Frühstückfernsehen präsentiert von MFC-Kreuzfahrten Hier ist auch Freit Danke Ein schöner für den Morgen Frau, dass Sie es nicht in die Sendung geschafft haben mit Vanessa Blumhagen Ich habe hier mal einen ganz Fisch zu sein Und die erste Schleppnäse Es sieht gut aus Das ist ein Dados Ja, in Bundesfilter Jan hat mich in Stolz und Bruno Feld Schreibt mich Das ist Silvie Meis Das ist ein Schleppnäse Das ist ein Schleppnäse dass ihre Make-up-Artistin war, Navia Bula und wir wissen, andere Silvesterabend hatte so geknallt, dass Silvi und Raphael von da an die Strecke gegangen sind, und Davida und Raphael machen das, ne? Ja, okay. Aber Navia hat doch ja Silvi gar nicht jemand ausgesprochen. Nein! Na, nein! Ich war alles klar. Ähm, jetzt ist das ja alles geschieht und alles ganz anders. Das war jetzt die Ex-Tase, die sind in unserem Dior. Das war jetzt nicht immer noch. Die Valetta. Das ist ja viel um einen Dior. Nein, nein. Die Leute sind alle auf ihrer Seite, aber sie sind super nutzig und selber auf die Schippe nehmen. Vielleicht wird der Doktor, dass wir drei Namen haben. Wie bitte? Drei Namen. Ja. Mein Doktor. Drei Namen. Ja, schon mal so arm nach, dann kommt man sich leicht sehen. Na gut. Wer zum Teufel ist denn das, wer sitzt? Ich darf auch von meiner Freundin den Namen mit annehmen und von mir den Namen mit annehmen. Ich bin dafür, dass wir das alles mal hinzuhören lassen. Ich bin dafür, dass wir das alles mal hinzuhören lassen. Ich bin immer ein bisschen, ich denke, sehr weit. Ach, ich hab auch. Ich hab auch... Ich hab auch... Ich hab auch... Mal sehen. Da bist du für deine Eltern schon, wo deine Herkunft und du bist so hirnisch wie der heißt. Meine Freundin ist nur in der Nation. Ich hab auch nicht klargemacht. wenn ich rede und Benni fragt nach dann trinke ich einen Schlub Wasso, weil ich mir jetzt so durch den Kopf hinlasse wenn er was fragt, dann kriege ich einen Schlub Wasser, trinke ich die Messe Amy, das habe ich gestern auch erzählt, dass es bei uns der Physikvetter so kennt und jetzt mittlerweile unsere total gute Bruder und Schwester geworden ist haben wir beschlossen, dass hier oben bei uns in der Wohnung kein Alkohol mehr konsumiert wird jeder der hierher kommt, der kann Alkohol in seinen Körper reinschmuggeln aber nachfüllen ist woanders und natürlich gibt es noch andere Wohnungen im Haus die Leute so, dass es sowieso normal ist, dass da zu kurzem mir klaren darf ok, nicht mehr, das war so krass jung und ich habe Benni gesagt, Katrin, Katrin, ja, Benni, ja ich war nur auf dich in solchen Situationen ich muss immer auf Benni und Benni hat mehr Ahnung wenn Benni den Mund ausmacht, der muss nicht viel sagen dann sagt, ey, sei ruhig Katrin, ja und dann sagt, Benni, sei ruhig, muss ich hören dann bin ich dir und ich höre nur noch auf das, dass es nicht mehr geht ich höre nur noch auf die Menschen, die jünger sind als ich, ja die haben mehr Ahnung ich kann sagen, hallo, wenn ich älter bin und ich nur guck mal bei der und der Sache da hab ich schon mal, ich hab da schon mal was gemacht ich hab da schon ein bisschen Erfahrung weil die Älteren, die haben mehr Erfahrung mit und die Jüngeren, die haben mehr Ahnung wie das irgendetwas ja war von der anderen Seite ausbeobachten deshalb ist es richtig das ist immer auf die Stühle egal, ob das Zwilling, ja, wenn der Zwilling zuhör ja, ja, doch wie er sagt, ja so einfach das heißt, ein Personalausweis ich hatte das mit der Polizei, der das kriegen konnte ihm war das richtig, dass er sehen konnte dass ich wahrscheinlich so ein großer Älter bin ich wusste, der das schon, ne aber die Zahl steht nochmal unten auf dem Ausfall viel Spaß schonmal damit das ist immer noch eine Nummer das ist immer noch eine Nummer das ist immer noch eine Brustzettung echt doch meine Zeit ist doch Zeit ist sonst wie sonst da es braucht einfach nur ein Akkoordinatensystem Zeit das ist recht schön denn du musst das und das heißt der hat recht, das stimmt nicht zu wenn es wenig Körper, was auch immer der sagt ja, wir sind angefangen mit dem Thema was ich gerade rede und irgendwer anders redet dann bitte schnell um Hilfe bitten denn dann bekommen wir zwei Antwortalternativen und wir spielen dann noch ich nehme die iPads ja da haben die vier Fähigkeiten da auf dem Schurz und mein iPhone ich lehnte iPad hier bist du schon in DIN A3 ne DIN A4 ist das 4 das heißt, wir haben das große Wort bestimmt, du musst mal verschaut zum Beispiel mitnehmen wenn wir mal gucken wollen das ist oder sieben, ja das ist 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 doch eine schöne Frage was das ist das ist das ist das ist das ist wenn ich gerade aufs Klo muss ich bin ja von der Meinung er hat einen Arsch erheben und drei Dinge und drei Dinge erledigt ja und so was alles hm 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 Unterwerbung oder an Ja? Ja? Ja! Verkürzt, als ist die Wurzeln. Hm. Lass Sie nicht durch Kabel den Tag verderben. Lass Sie nicht durch Kabel den Tag verderben. Ja! Meine Kopfhörer, ja? Ja. Ich bin ja auch ohne uns Kabel eingestellt. Ich hab immer empfangen. Ich liebe Wackelkontakte. Ich liebe Wackelkontakte. Wackelkontakte sind was richtig fein. Schön zu Weihnachten. Jetzt Urlaubsprodukte kaufen und drei Euro. Da ist was andere Menschen als Probleme ansehen. Da krieg ich oft richtig. Ja, da find ich gut. Denn mir ist keine Probleme. Wir müssen auch die Vorteile. Ja. Ich hab mir... Ich hab mir... Ja, ganz schön viel gebracht. Ich hab mir auch ganz viel abnehmen. Ja. Diese Einstellung. Sie sind im Westen, Mannesalter? Hm. Und... Wie spät haben wir es? Na kurz? 10 vor 10 morgens läuft es im Samzehen. Jetzt klappt es nicht mehr wie früher. Nein. Nicht eine Speilung. Nicht eine Speilung. Für ein erfülltes Liebesleben. Jetzt neu. Meraldin. Setze frei. Ich hab das Pferdchen auch gebildet. Das kannst du lieben. Ich bin wirklich nicht zufrieden. Ach ja, Mann. Der Gerhardt-Battler. Der Gerhardt-Battler. Der Gerhardt-Battler. Der Gerhardt-Battler. Äh? Voll Hippie. Ey, komm. Ich bin lieber ein Hippie. Aber das nehme ich mir aus. Ich habe Angst vor dem Gewinn für den Schuh. Das verstehe ich nicht. Cool. Schön, dass der Rudi nur gefrüchtet ist für dein Papi. Ja, mit dem König Alkohol haben wir jetzt dann ja offiziell aus Spaß. Der hat so geschmissen. Der kann woanders sein. Der kann woanders sein. Da wo er noch liebt und nutzt und traut wird vor allem. Natürlich ist er nicht, ähm, wie soll's. Die Mächte. Oh, ne? Ich hab schon einige davon auch gesagt. Besser ist es wenn nicht das zusammenfall. so was passiert. Ähm. Da kann ich die guten Dinge rausfiltern. Und die, die euch nicht interessieren sollen. Und die lasse ich weg. Wir sind ja auch alle im Schutz. Nehmen die ganzen. Ich bin ja Schütze. Juhi. Ja. 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 So. E Katrin. Na great, so armen. Wer ist ja nichin und nicht städte. Ja. no youtube free. Und das Spiel, x papier, videoclipat. So, ich habe nur zwei, drei, 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 drei älteres Wendt und eins, zwei, drei, 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 drei das kann ich nicht viel zu schlagen weil es mir doch die Dinge nicht gut kann, ihr seid total anders als ihr macht das, was ihr so gut könnt und schränkt euch nicht ab und stört euch nicht rum bei Dingen von denen ihr gehen auch nochmal ab es muss laufen es muss laufen, ihr könnt euch einfach nur noch drauf ja, Leute, ich hab das gar nicht gegeben heute ich bleibs nicht, alles durch boah ich hab nie darauf gewartet, dass ich die Welt verinnere ich stehe zu mir in der Allianz-Kommunion ich bin der Weltmeisterin der Allianz-Säule Säule Säule Umkreis umrumm, das ist ein bisschen am Land so ich hab's gekochen aus, mit auf dem Maul, man muss gleiche drinnen und kreisbar hoffentlich allianz-esichert da um ich habe schon mal ausgesprochen vor weihnachten, ich bringe die Parfümen da, wo man kann ganz krass, die Trinkspots nur für die Weihnachten bringen ja, diese ganzen Schatten, die Frauen, das ist schön hübsch ich habe immer diese Emotionen, die mir gespielt wird ich hätte schon zum Verstand kommen können, da ist der Hoffnung ich habe immer wieder auf unser Bauch gefühlt, da habe ich so total beeinflusst jetzt auch die jubiläum 19 19 in der Art von der Tour 2014 und so und das ist ein da kommen ich habe auch noch ein das ist noch nicht einlaufen wenn ich zum Beispiel ich kann ehrlich gesagt noch ein bisschen in den Schockstarre ich mag es nicht mehr alles wichtig gemacht und wir tränzen sich ein Verzübersäppchen das ist mir bewegt Der Gewinner von Got2DanceKids ist Got2DanceKids Ja geil! Liebes Ihr könnt euch auch nicht so finden, ich bin auch immer die Sendung Stimmt Nein, noch nicht Ist das für eine Welt, wo du sagst, da, guck ich auch gerne zu? Ähm Die sind ein bisschen krimisch, die eine Die können wir sehen Die sind ganz toll Die sind so sehr dunkel, aber die hat immer so ausgefühlt, die sind Ja, die können wir ein bisschen lernen Mit den beiden kannst du gar nicht anders erklären In die Luftkoppel? Das ist doch sehr schön Oh, das ist so, das ist so, das ist so Oh, das war auch mal so schön Das ist halt auch mal so ein Foto Mit meinen Freunden in den Beboden Mh 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 sehr unterhaltsam, sehr bewegend auch und hoffentlich sehen wir uns bald wieder bei uns hier heute Morgen sehr gut ich bin jetzt schon mal ich habe schon Feierabend zu und Feiervormittag guck da noch so schön frühstücken Mittagessen natürlich Mittagessen fachst du dir die ganze Frühstück? ach, dir hat das eigentlich auch nicht an den Magen jetzt so wahnsinnig und hat dann später geholfen die Kollegin hat ja gerade gezeigt, also bei der Loco ja, aber diese anderen Frühstücksscheine sind so, die sind so langweilig die sind so steif, die sind so schwer ach, okay, weg, mach weg, ja, gut Michael Woodball, NFL 95, fermentlos Brayford, Sonntag, yo, Brayford das ist cool der kümmert sich jetzt 3 Stunden, 6 Minuten laut dieser Programmeanordnung dort wir sagen, das weiß ich nicht mehr aber ich muss die Magen aber ich muss die Magen ja 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 die kann so cool, die Fernbedienung betrieben der macht immer im reichen Moment kurz darum coolen Gatshaus, die drei Menschen, die Pierträgen Oh! Ich hoffe, ich habe meine Fähigkeiten Ja, so stand ich auch schon mal mit der Pnoffi und auf der Pio und in der E-Bild Geil! Ja, so, vor allem die Filme damals, Opi hat eine Kamera Aber ich so, Gott sei Dank, ey, ey, da ist Gott der Opi Du hast damals schon, ja, 1994 Und in der Einderträne natürlich Damals hast du dir eine Kamera gekauft Aber die Omi, ja, ich habe die Omi gehört Die ist junger als du, die hat auch ein Video, höre ich zu sagen Ach, hätten wir mal die andere, die war ein bisschen teurer Ein bisschen teurer, aber die wäre besser als die E-Bild Ich habe auch immer nur gebraucht, ein Video gekauft Das war nicht immer Up-to-Date, nicht mehr als diese Generation Und ich bin mir so dankbar dafür Und ich bin mir alle so dankbar dafür Für die Möglichkeit haben Nach 1994 zurückzureisen Und uns anzugucken, wie wir da uns gesehen haben Und das zu beobachten, jetzt ist es da am Tisch Und jetzt sagen wir nur noch Ehrlichkeiten Das ist das bei uns so Ja, das ist so geil So wichtig Mein System Mit dem Edelfixen habe ich mich dran Mit dem Edelfixen habe ich mich dran Das ist der Das hat jetzt jedes Mal Das ist total toll Und hier Das habe ich mir vor allem gesagt Ja, das ist geil, dass wir heute Wir haben heute alle Möglichkeiten Jeder von uns hat die Möglichkeit In autodidaktischer Wirkungsweise Kannst du, wenn du lesen kannst Wenn du jemanden kennst, der lesen kann Der kann dir das vorlesen, wenn du nicht lesen kannst Ja, und da kannst du Und mit dem zusammen geht es sowieso viel leichter Aber ich habe dir das als Autodidaktisch Ich erzähle jetzt nicht, was autodidaktisch ist Auf jeden Fall Jeder kann Musik machen Jeder kann Filme drehen Jeder kann Schauspieler sein All das, was du als kleines Kind Wenn du vor der Glotze sitzt Ja, alles sein möchtest Rockstar, Musiker Du kannst alles machen Und die Möglichkeiten sind da Das ist ja schön Und wenn du davon gehört hast Und weißt, dass es geht Und du kennst, dann lernst du jemanden kennen Der sich zeigt, wie das geht Und dann machst du das mit dem zusammen Denn der hat irgendwelche geilen Voraussetzungen Und du hast die Software Da oben drin Die Software Ja, die ist da oben drin Ist das gehorn? Das hat er gestern gesagt Ich denke mal, wir hören Und nicht mal, das ist ja Ich habe nicht mal verstanden Das stimmt Und wenn er sagt, stimmt das Der hat mal Angst Und ich bin nicht alle mal Ich wollte gern machen, sie zu reisen. Juhu. Aber nicht so wie du trinken kannst. Geld bezahlen, dann zieht jemand anders, wenn dann will ich da offenlegen, wenn ich den offenlegen, wenn ich mir den offenlegen halte, weil wenn irgendwas passiert, muss der andere drauf üben. Dann hast du einen Flugzeichen, der Pilot ist da drin, den passiert irgendwas, dann guck dir raus, er hat es hier nach Ander und Her. Und dann sitzen das dran, dass Menschen keine von denen anzuhören. Was für einen Scheiß! Also geh davon aus, dass du immer so einen Flugzeichen hast, sonst du dich da rein willst. Ich wollte, dass ich kann oder meine Macht habe, oder man will, das geht nicht. Ich bin DJing, ja, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie das ganze Programm funktioniert, die hat genug. Ich kenne sie gut, um Musik zu passen. Das ist nicht der, das andere ist nur technisch. Ja, aber es geht um Inhalt. Inhalt ist ein Lieblingswort. Entweder ich schaffe es oder nicht. An Geld oder Kosten denke ich dabei nie. Manchmal gewinnt man, manchmal kriegt man auch nicht. Ah, Geld oder Kosten, der spielt keine Rolle. Zeit spielt auch keine Rolle. Ein Minus davon. Dann können die Zeit dehnen. Das Wetter war zwar etwas besser, allerdings viel weniger als erwartet. In der Luft hatten wir Sinne mit 45 Minuten. Am Boden hat er sogar noch zu. Immer mal eine Lupe, eine Zeitlupe. Nein. Ich hole eine Schlauchung und ausverschließend. Ich kann mal rein, was in der Kopf ist. Ich kann mal rein, was in der Kopf ist. Ich kann mal rein, was in der Kopf ist. Ich weiß nicht. Gar nicht. Lecker. Ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich kenne die Leute erst auch nicht und ich habe mehr Erfahrung. Bye! Ja! Ja! Auf den Knie, Frau Graben! Ich habe doch schon bald gut! Juhu! Wie leist! 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 Ich habe immer einen richtigen Moment! Mach ich doch! Entste das Agula! Brabevoll! Oder die eine Stunde Frum! 3 Möglichkeiten! Eine davon ist immer richtig! Nei, richtig im Moment! Ja, bestimmt schon mal zu sehen! Genau! Also wenn man in die Uhrzeit vorguckt!!! Sonst komme ich durcheinander! Und das bin ich sowieso schon die meine Zeit! Ja, richtig! Basteln! Das ist nicht schwierig. Äh... Ich wollte es keine Müsse halten. Hallo, ich schmerz. Gib mir! Er hat mal recht, wenn er sagt. Das ist immer gut. Dann ist es gut. Dann ist es gut. Dann ist es gut. Dann ist es gut. Nur, der Sturm kommt immer näher. Ich bin ja mal da. Mein Haar riecht. Häh? Dann haben wir das letzte Mal riecht. Dann haben wir das letzte Mal riecht. Ich setze mal meine Haare riecht, dann habe ich mich schon nicht waschen. Nur mit Schampern, nur mit Schampern. Nur mit Schampern, nur mit Schampern. Doch bei der Wester habe ich nur mit Wasser. Aber ich habe meinen Körper mit Wasser eingeschmiert. Und dann habe ich die Streiseln. Mit Wasser habe ich die Streiseln gewaschen. Dann habe ich nur mit Schampern. Wasser mit Wasser waschen. Und ich kaufe auf Schampern. Ich kaufe mir jetzt ganz viel Natron. Ich mache noch einen Einkaufsflüster. Bis jetzt um 10 Uhr geht es um 10 Uhr. Der Apft uns dort hat 5 Menschen getötet. Wir fliegen immer noch hinauf. Guck mal kurz, wie du einen Plan machen kannst. Ja, sonst geht ein Klauer. Dachtest du gerade an das Thomas Chauffeur spielen? Guck mal kurz. Dachst du gerade an das Thomas Chauffeur spielen? Guck mal kurz. Guck mal kurz. Wir konzentrieren uns auf 2 Quadratmeter abschüssigem Schnee. Guck mal kurz. Guck mal kurz. Guck mal kurz. Wer hat denn da Thomas ein Spiel gesagt? Um zum Gletscher zu gelangen, muss die Flugschülerin zunächst über den äußeren Kamm. Dabei hat sie gegen Pfeilwände von 80 kmh anzukämpfen. Haylwände? HAylwände und Halwände. Sie fällt nur hinunter, auf derlanke steigt sie, sie b�ht in das Tal, sie bleCA und fällt auf der anderen Seite. Ihr glaubt, so ist die Luft und solu? Dann hab ich jetzt die Wasser oder? H Kinda fliegt die institraineсе. Gut. Ich bin übrigens Rechtshänden drin. Bei Fallwenden kommen wir sonst nicht rüber. Schön. Alles klar. Du tendierst dazu in Aufschluss auf. Ich bin übrigens auch Rechtshänden drin. Okay. Genau das dürfen wir nicht. Ja. Benni hat auch seine Rechte Hand trainiert. Ja? Das war erst wenn wir immer... Ja. Wenn wir immer so... Ja? 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 Aber ich bin so toll. Da brauchen wir noch Papier von den Kindes. Muss nicht jeder sehen was er schreibt. Ob es aber... Beschrieben. Sie schaffte es über den Bergkorn. Um viel auszumisten. Ich hab schon viel verbrannt. Ich hab schon viel frohe Arten. Das war gar nicht. Am geilsten fand ich, als ich damals meine... ...Auffetzen auf einem Gletscher... ...Sachen verbrennte. Zumindest zu dem Zeitpunkt, dass du so brennst, das doch, hm? Ja, man hat sich... Ey, ich weiß nicht, dass ich mich zum Abi zugelassen habe. Ich hab echt Angst, dass ich wegen zu viel Sehschwung nicht zu tief habe. Aber wir haben das alles verstanden, dass wir in der Opa... Ah, das hat einen Freund... Ja, dann ist die Hase. Das könnte ich nicht auf den Tisch ausdrücken und gleich. Könntest du. Schub, schub, vollen Schub. Schub, schub, schubi, du. Vor mir, vollen Schub, vollen Schub. Den Bug runter, nicht den Bug heben. Und schau dir noch, wenn du merkst, dass... Den Bug ist weg. Ja, das hört ihr vom Himmel. Dann leitet die Landung vom Papier sich aus. Bug, weg, Steuerbord. Baut los. Okay, korrigieren. Gut. Die Hase runter. Also... Jetzt wieder etwas mehr. Bug ist der Nord. Heck ist der Süden. Steuerbord ist der Ölsten. Backbord, da wo der Kuchen gebacken wird. Und die paar Pouletsen. Und es ist letztlich das Reine. Das ist ein Backbord. Das ist ein Backbord. Das ist der Dekkerhafen. Richtig. Geil. Fernsehen. Ja. Das ist Bildungsfernsehen für alle Menschen, die nach dem 25. 10. 19. 19. 19. 19. des Weltablichters. Das sind die Zeit der Weltablichter. Das ist die Zeit der Weltablichter. Die Zeit der Weltablichter. Die Zeit der Spielfeld aufgetaucht. Und dann macht das richtig Spaß. Und für alle, die später geboren sind, ist das einfach nur Remember TV und Unterhaltung. Haltet euch bezerrt. Oder habt Spaß. Komfort ist alles. Unterhaltung. Viel Spaß und Überraschung. Steuerung. Alles tut es. Und der Sturm kommt immer nach. Länge in Stand oder Glööße. Das wird mit deinem Unterkrieg sowieso immer alles nichts. Wenn die kommt, alles ist nichts. Schnell ist nichts. Willkommen. Baut ein bisschen länger. Klingt aber besser. Kannst du besser aus. Kannst du auch mit Melodie. Selbe Bedeutung. Nicht selbe Bedeutung. Bekommen und kriegen, ja. Kriegen. Einfach kriegen. Geht schnell. Wie geht's? Weiß nicht. Weiß nicht. Das ist so. Keine Binn-Binn-Situation. Wenn du es bekommen, schlafen. Ich entspann doch mal ja anders. Super Maschinen. Rauchen kann nicht. Würde es nicht sein. Warum nicht? Rauchen kann du nicht sein. Warum? Warum nicht? Wenn du es rein glaubst, dann kann es auch fötlich sein. Ich habe Benni gesagt. Benni, wenn du dich erinnerst, dass ich mal irgendwas gesagt habe, was ich dann gerade nicht tue, dann erinnerst du dich daran, dass ich das mal gesagt habe und dass ich mich völlig ziemlich verhalte. Ja? Drei Worte, das reicht schon. Macht das nicht, halt. Ist das nicht einfach. Was wollte ich dazu essen? Ich wollte es dazu essen, wo das kostet. Immer mal zusammen fahren. Der Mutter rauskratzt. Und was wir uns heute noch haben. Unter der Luft. Das kostet sich ein Stahlrohrkäfig. Ich würde uns gut auch nicht verstehen, ja. Das ist richtig. Deshalb gehen wir nicht zusammen für unsere Mutter raus. Die besondere Stabilität von Rufen ist schon lange bekannt. Das kann ja auch mal ein Spiegel sein. Okay. Chinesische Ingenieure nutzten Baugerüste aus Bambusrohr, wenn sie hohe Türme errichteten. Klapp. Dank der Röhrenform ist Bambus extrem stabil. Fast dreimal stabiler als Holz. Kraken Nummer 10. Röhren machen ihn außerdem sehr leicht. Bambus? Ja. Ja. Keine Ahnung. Mit Hilfe von Bambus konnte die chinesische Architektur schon damals beträchtliche Wöhne erreichen. Und dieses Wissen findet sich auch in Schacht. Rögtung. Drück, zurück, zurück. Drück, zurück. Drück. Der Ruh. Der Ruh ist leichte als ein Familienauto. Das ist nur deine Späne, oder? Ja. Ja. Bandschein. Von den Beulen. Drei mal im Kino reingeguckt. Erstmal nein. Sprecher mal habe ich nur. Ich schreibe mir nicht nur noch. Ich schreibe mir nicht nur noch ein paar Teile, nur die Lippen. Dann sitzen wir. Das ist gar nicht schön. Der erste Film, nein, hier ist so. Drei mal im Kino. Zwei Mal im Kino reingeguckt. Nummer 2. Nummer 2. Und die Lippen extends by one more. Das war Tor. Nummer 1. Unter der Oberfläche, dieser Spiegelfläche, ist er nicht da, wo er mich fühlt. Gibt mir schnell einen Liedern, so dass ich ihn nicht merken kann. Denkst du einen anderen Text auf. Das ist ein neues Bordcomputers herunterladen, um sie anschließend auszuwerten. Thomas, Montagsmord. Ja, ich bin nicht da, ich habe Montag wieder frei. Ich passe Montagabend nicht mehr an. Alle Anrufen machen wir auf. Ich bin wieder voll frei. Das war nicht. Das hätte ich da nicht mehr aufhauen, oder? Ich bin nicht alles anders geworden. Ich möchte mir die Zeit nicht mehr angucken. Scheiße, los, ein König, aber ein König geworden ist nicht. Ich kann mir nur Begleitung nehmen. Boah, ich finde das alles weh. Genau. Bei der Demontage des Motors, findet das Team den Grund für den Ausfall. Da ist diese Kraft der Hässe. Die Hässe. Der Hässe. Das ist mein größter Widersachern. Die Hässe. 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 Wir brauchen alles was da. Sie können jetzt sofort Produktionsstopp machen. Generalstrecken. Weil alles da ist, wir brauchen ALLES. Und viel zu viel was wir nicht brauchen. Müssen wir nicht erstmal aufräumen. Müssen wir erstmal nach Hause aus den Rolli machen, ja, und der kleine Roboter muss das alleine machen. Was kann ich sein? Man weiß nie, was kommt. Ja, ich habe einen anderen Brot. Ihr lieben Eltern hat rot. Könnt ihr euch doch einfach mal... Lasst uns mal machen. Lasst uns mal zusammenfinden und uns hier so mal was aufbauen. So mal irgendwie einrichten, ja. Und dann... So, dann setzt euch auf der Couch nicht so gehen hoch. Und dann lässt euch mal erzählen. Was ist ihr denn? Hey! Komm, macht erstmal Urlaub. Macht erstmal Urlaub von Brachstellen, von Manufällen, von irgendwas, von Namen, vom Schlechturlaub von irgendwas, was euch in euer Leben lang mit irgendeiner Form ist. Ich bin hin und halt, ja. So, macht erstmal Urlaub. So, guck mal rein. Vielleicht gehen wir mal so ein Garten. Heute wollen wir von Anfang an schneller sein. Das ist das Ziel. Mach mit, mach nach. Mach besser. Um Chance Vorsprung zu halten, muss das Team die Leistung von gestern übertreffen. Ja, auf jeden Tag. Entscheiden dabei ist auch... ...die leistungsfähigen... ...die leistungsfähigen... ...ununterbrochen. Es geht gar nichts an. Unsere Reifen entwickeln eine gewaltige Haktung, die basiert auf dem Prinzip... ...ein gigantischer Trichtung von Informationen. Schönen wir mal hier. Die Haftung des Asphalts wird mit einer Schicht Gummi erhöht. Hat sie nie. Dazu bleibt die Strecken-Crew alte Dragstar-Reifen darüber. Drag. Boah, wir haben hier Gummi auf. Streck und Crew. Und dann sprühen wir Haftmittel drauf. Oh, so war ich falsch. Oh, so war ich falsch. Das Haftmittel macht das Gummi extrem klebrig. Ja, der Gummi abzieht. Das lässt sich nur... Also, was hab ich mir auch nicht gedacht, ja? Reifen. Reifenquietschen, anfahren, bremsen. Das ist ja Abnusslieb in den ganzen Autos. Und das ist ja ganz feines Zeug. Das muss ja überall hinkommen. Gummi aber ja. Die Reifenbahn nutzt werden die Daten, wie im gestrigen Rennen gesammelt worden. Die Reifen mit Abkrise. Die Autoabkrise. Ja, ich sag aber, was die in den Autos brauchen. Nicht, nicht wirklich die in den Autos. Können ja nichts dazu nehmen. Ich freu mich auch, dass sie nicht mehr mit den Autos sind. Ey, aufhören jetzt Autos zu produzieren. Jetzt stoppen mit Autos machen. Es gibt doch noch einen Haufen Lager, gigantische Lager, wo es so viele Autos gibt. Ja? Es gibt so viele Menschen, die brauchen keine Autos. Und den Luftdruck. Aber nicht noch mehr. Nicht noch mehr. Und dann aber, da sollen wir auch mal stehen lassen. Ich wünsch mir ja, ich wünsch mir ja, ich wünsch mir, ja, in der Zukunft, mindestens einen Autos reinfragen. An einem Tag, einfach mal alle Menschen, das wird so sein. Und wenn jetzt mal so richtig das sein kann. So Sonntagnachmittag, und dann ohne Autos. Und dann auch. 135 Grad ist die Grenze. Auch mal nicht irgendwo hin müssen, wenn du nicht irgendwo hin kannst. Ja, weil ich einfach stehen darf. Weil ich jetzt nicht, dann musst du auch mal nicht rufen. Das ist einfach da, wo du bist. Weil jetzt geht auch, für jetzt Probleme, eine Lösung. Jetzt kommt auf, der Ex-Baut. Muss ich mal wissen, jetzt geht's. Damals habe ich schon vergessen, wenn wir Reifen brauchen müssen, ja. Wenn es sich am Fuß schneidet, strengst du nun, ähm, schnitt mal, ja. Racken, das muss gehen. Dann sind die Wunde. So ist das besser. Der Schnitt, der weicht tief, hat er sich um, an der Fiesenschraube. Wir passen die Reifen der Strecke an. Den Fuß ausgeschnitten, den Fuß hochlegen. Der Obie muss ja die ganze Zeit nicht mehr schalten. Ja, das muss gehen nicht mehr. Hätten wir den Obie einfach nur hingelegt, ja, ganz normalen Obie nicht geschehen, weil ich sowieso nicht mehr auf der Couch war. Irgendwie hat sich das gesessen, und der Fuß war die ganze Zeit, und das Blut, und allem, und auch. Hingehen, Fuß hochpacken, und vor, und jetzt wieder retterlaufen. Ja, Nikotinverengte Blutgefäße. Und dann, diese ganzen anderen Programme. Diese Sachen, mit den Odermängels, mit den Odermängels auch trinken, und Kur, aber, dann wird sich auch der Außen Luft mit rein angekommen, mit einer Verbindung und Verklebung. Oh, ich komme aus, echt schief, ja, gegen den Rattengest, macht mich, es macht mich, es macht mich, es macht mich, es macht mich, schlechte Nahrung, es macht mich, es macht mich, die Reifen mit einem sogenannten Burnout vorbereiten. Der Ablauf beim Burnout ist bei uns festgelegt, und immer gleich lang. Die Prozedur entfernt Schmutz und Staub von den Reifen. Das erhöht ihren Grip. Sobald die Reifen greifen, trete ich die Kuppel auf. Sobald die Reifen greifen, trete ich die Kuppel auf. Bei der Höchstgeschwindigkeit drehen sich die Räder 45 Mal pro Sekunde. Dabei wirken stärkere G-Kräfte als bei einem Raketenschlag. Wenn wir so flippen, nur das so in den beiden Jahren. Partyreifen unter dieser Belastung nicht erfreit, ich habe keinen Fall. So war ruhig. Früher befestigte man Fahrradreifen mit Gewebeband. Ein Reifenwechsel war eine mühselige Angelegenheit. Dann erfand ein britischer Entwickler den Wulstreifen. Sie haben einen Skuller zu verlassen. Sie haben eine Wulstre mitgebracht. Was macht ihr noch? Ich tue, das das nicht wirkliche Kategorie muss. Ich tue, das ist nicht wirklich eine Kategorie. Das ist nicht so. Sind wir nicht eigentlich so recht? Nein, das müssen wir uns noch zu griffen. Die sind die Fahrradreifen. Ich sage das, das hat die Fahrradreifen. Das hat die Fahrradreifen. Das hat die Fahrradreifen. Das hat die Fahrradreifen. Das kilo schwerer Reifen enthält 140 m. Was macht die Fahrradreifen? Die müssen wir in den Amten mit einem großen Strom reingangen. Da geht das schon wieder raus? Und wenn sie das Fahrzeug sagen, oder? Es geht weg aus. Ich fliege Bombe raus. Funktioniert alles. Es gibt viele Arten, der Lärm des Licht aus tut. Du kannst es auch fliegend machen, dann sind die Trippostäuber zu den Skalen. Das ist aber super. Das ist bei uns was für Lustiges. Das ist nicht jemand schönes immer. So entstehen nämlich die geilsten Videos. Die geilsten Lachlis, die geilsten Klick-Videos. Lichtschnell, beschleunigt Schaumfwagen. Und immer die Kamera los. Mir passiert das auch. Ich habe schon mal Fahrradfahrer, der am rheinischen Platz, Keilsverkehr gefahren. Da soll ich schon mal ein Stoßchen auf die Nutz. Könnt ihr nachgucken? Ich suche ihn an. Musik, mit Musik unterliegt. Ich bin durch einen Filter gebraucht. Gordons Playlist. Ich weiß nicht so vollständig, wie ihm sagt. Erzählen mich noch ein paar Mal. Erzählen mich auch gleich auf meiner Seite. Das ist ein bisschen online. Kleine. Magen. Ich bin nicht gesessen. Ich bin nicht gesessen. Ich bin jetzt immer recht. Ich bin jetzt immer recht. Geil, was bin ich von hier für? Orthopult? Oberrühlt? Oberkott? Voyager? Überraschend. Ich bin nicht gesessen. Ich bin nicht gesessen. Der Dragstar bremst auf ähnliche Weise. Das ist mit dem Namen, ja. Ich hatte es den nächsten Namen. Mit Narmologie. Die Numerologie habe ich mir schon beschäftigt. Die Narmologie geschickt. Stimmt spannend. Wenn ihr das jetzt nicht gemacht. Geht ein Auto, das ist komplett aus Hand gebaut worden. Und ihr habt einen großen Auftritt. Und ihr habt einen großen Auftritt. Oh! 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 Super! Er macht seinen Job und das Team auch. Wir gewinnen sie ja. Ja, viel. Ja, viel. Ja, ich hab mir gewonnen. Ja, ich hab mir gewonnen. Ja, ich hab mir gewonnen. Sehr gut. Sehr gut. Das ist Platz 1. Andron ist wieder Zweiter. Doch noch ist sein Titel nicht verloren. Wir werden von Lauf zu Lauf besser. Das ist unser Ziel. Jeder weiß, dass wir schwer zu schlagen sind. Seans Teammanager ist sehr zufrieden. Eine andere Bleibe heißt ja eigentlich nur, die sich nicht darauf da rumhängen muss, ja. Kaum ist der Wagen in der Box, verlegen die Mechaniker den Motor auf der Suche nach Schäden. Und die hat auch die Rechnung heute gewählt. Und die hat gewünscht und gesprochen. Die nehmen wir nicht nachgekommen. Ich hab nur sofort einen Verbleibung gesucht. Dann muss die eigentlich, muss die Salzsucht für die, was gut für mich ist. Die ist nämlich eine Motiv. Die hat ja auf der Auge gemacht. Und jetzt kurz vor Zeit, dass immer wieder sich an die alten. In Zeiten sind ja immer gut, wo sich die auf der Auge nicht hat. Da bleiben die Schäden verleiten. Wenn der Kippen ist ein Weg zu essen. Kannst du wieder ein junges Mädchen werden? Kannst du eine Jungfrau werden? Bist du ja sowieso nicht ruhig geworden? Kannst du wieder ein Jungfrau werden? Machst du? Machst du wieder so, als wenn das passiert? Die Bremsschirme immer wieder verwendet. Sobald es etwas ruhiger ist, gehe ich rein und packe die Schirme. Das ist Fahrersache, sagen sie. Sie wollen bloß nicht schuld sein, wenn die Schirme versagen. Sie müssen sich öffnen. Denn gebremst wird hauptsächlich per Schirm. Für den Notfall gibt es aber etwas. Oh, da fällt noch schönes raus. Ja. Wind fußtet in meiner Tränke. Mit hoher Kraft auf zwei rotierende Bremsscheiben. Innerhalb von Sekunden beginnen die Bremsscheiben rot zu hüben. Aber sie bringen Schaumswagen sicher zum Kliegen. Wasser. Das ist super kassiert. Wenn du Wasser trinkst, wenn du nicht so viel Wasser kannst du davon verstehen. Der Tag war in voller Erfolg. Doch alle im Team wissen, dass es morgen ums ganze geht. Wasser ist sehr wichtig. Du trinkst kein Wasser, da gibt es Zeit. Das ist wichtig. Aber leider, dass ich den Tabak brauche. Ich bin ja auch wieder Robert Franz, die sagt, Ey, macht das weiter, was er braucht. Aber meine Selise wäre jetzt... Weil ich mir einfach Augen habe. Ja, du. Ich komme mal auf meinen Körper. Das ist ein bisschen jünger als jünger. Obwohl ich älter bin, mein Körper jünger als jünger ist. Mein Körper hat eine Erfahrung mit Vater oder so. Ich spreche von meinem Körper. Also ich kommuniziere bei meiner und deiner. Wir kommunizieren ja zusammen. Also wir können ja so viel so mal nacheinander sein. Genau. Am besten, wenn wir miteinander verbunden sind. Um einfach nur der Hand irgendwie hinlegen, was ist jetzt nicht da. Und irgendwas zu wollen. Einfach nur, um es zu sehen, zu spüren. Ja, das tut es. Wenn er sich schreit. Er wurde die heiler Hand gefangen hat. Er konnte sich auf mein Herz gelegt, auf den Brügel. Das ist aufregend. Aber ich versuche nicht daran zu denken. Ich bin nervös. Aber ich will da raus und fahren. Also äh, ich brauche mich schon. Bike el acompan her. Als Öl find doch nicht. Deshalb ja 신系ll die aber den Stadt gehen soll. Etwa, wen sagt Du? Ein kleiner Einschluss. Ich asset ja nicht Gas drauf rein. An 61-38 Grad. gets it on about. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Wir müssen das gar nicht machen, weil wenn du die Wasserflasche nochmal umschmeißt, dann kannst du gleich noch einen Bereich hübschen. Ich höre heute hier wohl, wo mein Sitz ist, wo die Sendung jetzt hier gerade stattfindet, da habe ich schon gewischt heute. Bevor ich anfange, fange ich zu wischen, weil das Wasser ausgeschüttet ist, das ist schön. Ab, wir haben es bei Tungenkampen 11. Machen. Und bei Gelegenheit, die Früchte, der erntete mesen. Erntete, kontinuierlich nur ernten, ernten, ernten. Erntete, weil so viel da ist, dieser Überfluss. Wenn du meinen ersten Liedscher in die Pfle in Changi dreht, habe da war der Ruch noch nicht so vorgestellt. Der Regen, diese Tonnen, diese Dachrennen, dieses Fallrohr, alles, alles überfühlt. Du siehst, dass sie gar nicht überrascht ist. Wow, dieser Regen, dieser krasse Regen. Ach, deine Dürre! Diese lange Dürre, die kommen wird, ja? Liebe Katrin, liebe Ex-Frenin von Karsten, mein Patenonkel, du warst damals die lange Dürre, dabei bist du eine ganz dünne, ganz dünne. Natürlich, ich war die lange Dürre. Oder meine Mutter erinnert, ich bin länger als meine Mutter. Ja! Scheiße, die lange Dürre. Was ist die Dürre? Genau, du und du. Hast du die Dürre? Hat der jetzt endlich jemand den Hund erzählt durch Mami geworden, so? Keine Sorge. Das spielt keine Rolle. Ist auch nur eine Erfahrung. Vielleicht kommen. Wo Omi werden? Wo Omi werden? Wo Omi sein? Und? Das ist die Dürre. Und dann nochmal zu gehen. Aber es muss ja nichts sein. Ich hab das nicht vor. Das hat meine Omi gemacht. So Ende so eine Omi. Der Körper hat Öl verloren. Die Strecke muss erst gesäubert werden. Und das kostet Zeit. Da gibt es das Geld. Auch zwischen den Inkarnationen. Da gibt es das Geld. Auch zwischen den Inkarnationen. Mit 20 Minuten Verspätung geht es an die Startlinie. Was ist falsch? Ist es die volle Stunde? Oder ist es der Akku, der abkragt? Ich bin gespannt. Für maximale Leistung des Dragsters sorgt ein mächtiger Kompressor. Entspannt. Gespannt. Spannend. 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 Schönstatt. Holger. Helmestark. Das ist ein Monologer. So schön. Deshalb erfanden zwei amerikanische Brüder ein neuartiges Gebläse. Bei Wiesnader Seekräuten transportierten große Mengen an Luft in die Höfen.